ja hallo zusammen und willkommen zurück bei prince of persia wir sind hier war auf dem weg zu den schlossern und es sieht so aus als ob uns hier so ein bisschen fluganlagen bevorstehen machst du ja gucken wir mal was jetzt hier so im detail passieren wird da war ich mir gekonnt aus nicht da hätte ich links dran vorbeigemusst schön schön dass auch hier vorne wieder anfangen das macht spaß das ist schön bereit ok naja sofort auf zum nächsten jahr so immer so frei und ich speicher an der stelle und weiß ja nie wofür es gut ist irgendwie so die befürchtung genau dass das von einem zum anderen geht bevor ich jedes mal vom vorhanden muss glaube ich mir doch ein zwischen speichern auch hier mache sieht man sich schon ganz fies damit man auch keine stelle hat an der mama ausruhen kann also sind wir hier ok hat scheinbar die reise schon ein ende ich dachte wir sind schon mittendrin super und dann wird es nicht und dann werde ich meine liebste ich vergesse mein gold meine bestimmung lebe als peter statt als prinz oh danke danke mein kleiner mann ja so hübsch bist du nicht das wollte ich nicht sag mal das war jetzt gerade nicht rund Ja, das ist ja richtig gut gelaufen. Na, was haben wir? Jetzt auch. Und dann gibt es einen auf die Mütze. Ja. Ja. Sag mal. Ja, was habe ich denn vor? Na ganz toll. Ich glaube, die behalte ich mal lieber. Scheint irgendwie nützlich zu sein. Wir müssen auf die nächste Ebene. Diese Platte sollte uns dorthin bringen. Habt ihr genug Kraft, um... Was glaubt ihr, wie viel Zeit wir noch haben? Wir müssen weiter. Okay. Ja. Nichts lieber als das. Leute, 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 Leute. Vorsicht! Hm. Junge, 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 Junge. Ernsthaft jetzt? Ihr Arschlgesichter. Sonst wird da immer einen sicheren Abstand abgesetzt und... Diesmal nicht. Oh Mann, 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 Mann. Okay. Muss mal ein bisschen. Ja. Geht doch. Geht doch. Hm. was sie schon mehr zeigen als das könnte der pfeiler der stadt da sehe ich sie nicht Die NDS-Mekagi was ist das na die nächste etage ist die letzte dann haben wir sie am kragen wird euch den weg bereiten ihr könnt gehen ja diesem arimann kann man wirklich vertrauen er lässt uns gehen damit wir alle vor ihm warnen können euer schweigen spricht wende ja wunderbar weiter geht's und wir hat diese einladen knapp daneben ist auch vorbei vielleicht prinzipie vorhin oder was ja das habt ihr einmal mit mir gemacht meine die weite noch das war mir lieber nein 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 ihr habt sie gefehlt Also nehmt sie! Na ganz toll. Das Ding ist ja natürlich, wenn das die echte ist. Mach ich sie platt oder was? Super. Guck mal, ist ja unten vielleicht irgendwas? Na komm jetzt. Guck mal hier. Uh. Ah. Nichts. Und hier. Oh. Wenn das mal gut geht. Nee, tu das nicht. Wo ist sie denn? Ihr Verrückter. Ich wusste, ihr rettet mich. Und wäre ich wieder ohnmächtig geworden? Ach, guck an. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Das war die Lösung. Nun, kleiner Mann. Ihr habt den Test absolviert und versagt. Puh. Naja. Sie ist zum Beispiel schon mal vorgeschwächt. Und das eröffnet uns auf jeden Fall Möglichkeiten. Benutzen den Handschuh. Mach, mach. 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 Oh, das. Das ist, glaub ich, immer noch die beste Kombo. Oh. Hoppala. Ja, das schmeckt dir nicht, ne? Das glaubt ihr nicht wirklich. Da hat die meine Steuerung manipuliert. Ich hatte keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Okay, was ist das? Oh. Okay. Ich denke da lang, ne? Andere Möglichkeiten haben wir ja nicht. Oha. 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 Ach du Scheiße. Das sieht nicht sehr gut aus, was hier passiert. Was sie sagte. Sie wollte einen Keil zwischen uns treiben. Das sagtet ihr selbst. Einiges ist aber auch wahr. Ich... Ich diene meinem Volk und... Hey, ich suche nur einen Weg hier raus, auf dem mich kein böser Gott durch die Wüste jagt. Hehe. Ich dachte, ich könne Sorgen um mich, Prinzessin. Nein, nein. Sicher nicht. Wir bringen das hier zu Ende. Dann findet ihr euren Esel. Und ihr könnt wieder euer Volk anführen. Alles so wie es mal war. So wie ihr wolltet. Naja, wir sind hier noch nicht fertig. Ja, noch nicht ganz. 42 für die nächste Kraft. Ja, ich würde sagen... Ich weiß gar nicht, welchen Weg wir jetzt am idealsten nehmen. Hier lang? Darüber? Ist auch egal. Wir markieren es einfach mal. Wir lassen uns dann führen. Ja, da sind wir ja vorhin schon lang. Hätten wir uns auch sparen können. Ja. Aber gut. Weiß man vorher ja nie so genau, ne? Ja. Oder? Mal weiter in die Richtung. Okay. Okay. Und. Help. Okay. Äh. Das war anders gewollt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Was machst du denn? Ja, sie schleibt mich auch in den Abgrund hier. Das macht sehr gerne. Wer hat jetzt Glück? Ich hatte alles unter Kontrolle. So, jetzt hier durch, ne? Darüber. Oh. Okay. Oh. Da sind wir ja ein paar Lichtkarne. Das ist praktisch. Ich kann nicht hier. Nein, ich kann nicht hieruernd aus. Ich kann nicht hier durch. Ich kann alles aufkarte. Nichts. Hatte dich Normally. Ich kann hierher. Ja, ich kann hierher. so komme ich da nicht hin wir müssen darüber alles in ordnung also doch hier lang na gut scheinbar muss ich erstmal hier lang wir werden es sehen hier ist noch einer im kreis laufen ich komme ist das so eine liana denn man lang klettern kann aber der weg passt das ist schön hast mich fein falsch abgesetzt soll der scheiß nee was soll das so warum setzt du mich immer hier ab was habe ich dir getan ich habe so mal da jetzt vielleicht kein bock mehr drauf wir müssen weiter so mal sie mich verarschen oder was du bist vorhin auch die ganze zeit hier gelaufen der setzt mich immer an anderen stellen ab hier so und da weh mal Schauen wir mal wirklich darauf ach na gut Ist der der nicht jetzt hier? Okay Das sieht gut aus Kannst du mir jetzt mal sagen, warum du nicht gelaufen bist? Ich habe das Gefühl, dass der Controller nicht mehr richtig reagiert Manche Steuerpulse hier nicht an Also wir versuchen das jetzt noch einmal Dann mache ich ansonsten gleich mal eine Pause Sowieso geht es gleich an der Zeit Okay, mal die Akku wechseln Jetzt gehe ich jetzt gerade erstmal wieder hier Ich denke, ich muss so lang Jo, schmeiß mich sonst rein Ich gehe jetzt hin Ich gehe jetzt hin Okay, wir laufen mal hier lang. Dann haben wir wieder so ein Gesell hier, ne? Richtung stimmt sie nicht? Ich habe immer einen gewissen Weg hier vor mir. Gar... Toll ist das. Also... Wirklich, dass er schwindelfrei ist. Das sieht gut aus. Das nehmen wir jetzt hier noch mit. Gute Arbeit! Und... Und... Halb! Ja, die Richtung dann... Das sieht gut aus. Weil ich ein bisschen gehofft hatte, dass wir da das Gebiet gesäubert... So überspringst du. Das... Das... Hätte ich jetzt auch daneben gehen können. Das... Äh... Sieht zumindest hier so ein... Sachen... ... ... ... Und... Also... Und... 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 Dann... Ja... Ich denke dann schalten wir... ... diese Fähigkeit frei. Teleportieren... Teleportieren... Ja... Denk ich. Und dann können wir uns um die anderen Sachen hier kümmern. Das ist der Plan. Und so wird es sein. Macht's gut. Ciao.